Was sagst du zum Interview vom Blocktrainer, der meinte, XRP ist Shitcoin, nur Bitcoin ist das Wahre? Ach Mann, ich mag den Blocktrainer sehr, ist ein netter, lieber Kerl, darum möchte ich eigentlich nicht viel dazu sagen, aber ich sag nur eins, wenn man sich eine Welt aufbaut in seinem Kopf, wo Bitcoin die einzige Heilung für die Finanzwelt ist, wo er recht hat, könnte sein, könnte sein, ich sage könnte sein, ich habe meine Gründe, warum es das nicht ist, aber dann zu behaupten, man bräuchte XRP nicht für diese Transaktion, ja, prinzipiell nicht, das wäre dann aber auch genau so digitale Transaktion, die wir jetzt schon haben und es gibt ein fundamentales Problem, auch wenn wir jetzt den digitalen Euro, den digitalen Dollar haben, das erste dicke Problem dabei ist, es wird immer noch Wechselwährung, Gebühren geben, Nostro-Vostro-Konten verschwinden nicht, es müssen immer noch 27, noch was Billionen, wenn ich mich nicht irre, die in Nostro-Vostro-Konten gehalten werden, damit man internationale Transaktionen, dieses Problem wird auch nicht gelöst und das Ganze ist noch zentral und das interessiert mich nicht, ob er jetzt sagt, nur weil es bei XRP 27 Validatoren sind, wo du sicher weißt, dass das sichere Validatoren sind, Riesenbörsen, Banken auch, Polisign auch, also Riesen, Riesenfirmen, die überwacht werden, die die Validatoren sind, was für mich eher Sicherheit schafft und was für mich als dezentral ausreicht und dann zu kommen und zu sagen, ja, über das Lightning Network, Lightning Network wird kleine Transaktionen abwickeln und letztendlich, wenn so ein Lightning-Kanal geschlossen wird, wird die Abrechnung über das Mainnet abgewickelt. Wenn wir jetzt alle Transaktionen, die es auf der Welt gibt, Geldtransaktionen über Bitcoin laufen lassen werden, ich will gar nicht wissen, wie hoch die Gebühren gehen werden, weil du zahlst zwischen 3 Dollar und 50 Dollar Gebühren, wenn du eine Bitcoin-Transaktion machst, je nachdem, wie ausgelastet das System ist, bei den Peak-Zeiten, bei einem Bullrun ganz oben, wenn es stark genutzt wird, zahlst du 50 Dollar für Transaktionen und nein, es sind nicht 10 Minuten, wie er dann gesagt hat, denn wenn das Netzwerk richtig belastet wird, stark genutzt wird, wartest du manchmal einen Tag da drauf. Das jetzt zu vergleichen mit einem, ja, dezentralen Coin, wo eine Transaktionszeit von 3 bis 5 Sekunden ausreicht, wo keine Second Layer wie Lightning genutzt werden muss, was über dem Mainnet innerhalb von 3 bis 5 Sekunden abgewickelt werden kann, wo wir Transaktionsgebühren haben von 0,0002 Cent, das sind 0,302 Cent, das Ganze dezentral abwickeln können, Banken prinzipiell keine Nostro-Rostro-Konten halten müssen, das Ganze dezentral abgewickelt wird über die Blockchain, was eine unglaublich hohe Sicherheit uns gibt und ja, XRP hat eine 100%ige Runtime, ist seit dem Moment seines Launches nicht ein Sekündchen ausgefallen, zu einer 100%igen Sicherheit, sich dann dahin zu setzen und zu sagen, das ist ein Shitcoin, ja, ich weiß es nicht, es ist halt seine Meinung, kann er drauf beharren, meine Frage ist eigentlich, es gibt noch wesentlich mehrere Punkte, die ich ansprechen würde, aber was ändert sich denn, wenn wir einen Bitcoin haben, der jetzt zum größten Teils von Riesenwahlen gehalten wird und das wird jetzt unsere Weltwährung und schon, wie er immer sagt und wie wir auch alle wissen, je mehr Zeit vergeht, desto teurer wird Bitcoin werden. Inwiefern ist das denn gut, wenn wir genau das Gleiche haben, nur auf einer Blockchain-Basis, wie im Fiat-Bereich, dass ungefähr 1% der Weltbevölkerung 20% des Kapitals haben werden und ich glaube, bei Bitcoin wird es noch schlimmer werden. Noch eine viel geringere Menge an Menschen wird noch viel mehr Bitcoin besitzen. Wie krass können die das manipulieren? Und man vergisst den Aspekt, er sagt immer, ja, das sind alles Shitcoins, weil sie 90% in einem Bullrun herunterfallen. Ist mir da irgendwas entgangen oder ist nach dem 2013er Bullrun Bitcoin um 87% gefallen? Nach dem 2017er Bullrun ist Bitcoin um 84% gefallen. Ja, alles schön, alles gut, die Tokenomics super, Algorithmen super, alles, alles, er ist Entwickler, er versteht da viel mehr von der Blockchain als ich. Lassen wir das mal beiseite, schön, alles toll. Programmierer sehen das oft mal gerne so, wie Scheuklappen. Das ist super, das ist toll, das ist ein Denominator und alles. Ja, toll, was bringt mir das, was bringt mir dieses ganze Zeug, wenn immer noch ein minimal kleiner Teil eine Riesenmenge davon hält und die komplette Macht haben wird und das noch schlimmer als im Fiat-Bereich. Was bringt mir dann dieses ganze Blockchain und ganze Supertechnologie, die dahinter steckt und das ganze Fiat-System ist jetzt geheilt. Ja, tolles geheiltes Fiat-System, wo wir dann eine minimale Menge an Menschen haben werden, die das ganze Ding besitzen und uns mal alle so richtig hochnehmen können. Und man kann es nicht kontrollieren. Da kann keine Regierung daherkommen und sagen, hey, wir machen da jetzt was gegen. Das ist irgendwie, es ist einfach, sich da hinzusetzen und sagen, ja, das Fiat-System ist kaputt, das Fiat-System ist Schrott. Ja, ist es so, hat er vollkommen recht. Da kann eine Zentralbank einfach nachdrucken und ich sage nicht, dass es das heilt. Na klar haben wir dann eine dicke Inflation. Aber was machen sie dann? Irgendwann kommen sie an und sagen, hey, wir streichen die Schulden, die jetzt so gut ist. Und wir hatten ja ein System, was ziemlich gut funktioniert hat mit dem Goldstandard. Weil Banken mussten dann, wenn sie einen Dollar rausgegeben haben, einen Dollar gegen Wert als Gold da an ihrer Bank liegen haben. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Ähnlich wie Bitcoin, weil man musste Gold schürfen, Mitarbeiter mussten dahin, es musste viel Energie aufgebracht werden, Bagger, Maschinen, all sowas. Das heißt, Gold hatte deshalb einen Wert und das ist begrenzt auf der Erde. Wir haben nicht unendlich viel davon. Und wir können jetzt nicht einfach sagen, morgen haben wir 300.000 Tonnen Gold da. Nein, es braucht richtig viel Zeit, um das Zeug zu schürfen. Ja, da kann man jetzt ankommen und sagen, aber im ganzen Universum gibt es viel mehr Gold. Ja, bis wir irgendwelche Raumschiffe geschafft haben, ich will gar nicht wissen, wie viele Milliarden wir ausgeben, nur damit ein Satellit ins Weltall gebracht wird. Wir sind ganz, ganz weit weg davon, einfach im Weltall fliegen zu können. Und ich glaube, der Transport wird allein schon wahrscheinlich 100 Mal mehr kosten, als das Gold, was man da im Universum sich herholen kann. Macht gar keinen Sinn, diese Aussage meines Erachtens nach. Aber es war doch ein System, was in dem Sinne ähnlich funktioniert hatte wie Bitcoin jetzt. Zwar nicht ganz, natürlich. Bitcoin ist in dem Sinne auch noch dezentral. Diese menschlichen Fehlaspekten, also sowas ist nicht dabei. Und man kann das nicht manipulieren. Es war wirklich eine begrenzte Anzahl. Aber nichtsdestotrotz könnte man sagen, wenn es eine Ära gab mit Fiat-Währungen, wo man ansatzmäßig, ich sage ansatzmäßig, dort hätte herankommen können, als wir noch den Goldstandard haben. Was ist dann passiert? Den Mächtigen und Reichen hat es nicht gefallen. Und was haben sie gemacht? Sie haben es abgeschafft. Damit sie so viel drucken können, wie sie wollen. Und jetzt kommen so Idealisten ein wie er und sagen halt, irgendwann kommt das, irgendwann machen wir. Wir hatten schon sowas ähnliches. Und die Reichen und die Mächtigen, solange sie nicht mehr daran verdienen können, werden sie es nicht nutzen. Und es könnte sogar sein, meines Erachtens nach, dass es noch viel früher kommt, als der Blockchainer das erwartet, dass Bitcoin vielleicht zum Standard wird. Aber nur dann, meines Erachtens nach, wenn der Großteil der Reichen die größte Menge an Bitcoins besitzt. Und jetzt überlegt euch mal. Er sagt zwar mal, Fiat ist nichts. Mit was kaufen wir denn noch Bitcoin? Wir kaufen Bitcoin mit Fiat. Wer hat denn das meiste Fiat-Geld? Immer noch diese 1%, die 80% der Währung besitzen. Und wenn wir irgendwann soweit sind, dass wir Bitcoin nutzen werden, ihr ratet mal, wer dann wieder den größten Anteil hat. Jetzt schon. Ey, wir haben einen Michael Saylor, ich weiß gar nicht, wie viele mit seiner Firma, wie viele Bitcoins der ist, wie viele Tausende waren das jetzt. Der alleine hat mehr Bitcoin als ganz El Salvador, als ein ganzer Staat. Miner, Bitcoin-Miner in den USA, die haben mehr Bitcoins als El Salvador, als Staat. Und was machen die Miner? Wir haben schon gesehen, was Miner in China gemacht haben. Jetzt überlegt euch mal, was passiert. Der Großteil der Coins wird von kleinen Entitäten gehalten. Irgendwann wollen sie auscashen, weil es noch nicht so weit ist, dass wir alles mit Bitcoin kaufen und dass wir alles mit Bitcoin bewerten. Das sind wir noch lange nicht, Leute. Irgendwann cashen die aus. Und was dann passiert, das haben wir schon öfter gesehen, der Markt zerbricht in sich. Der Kryptomarkt wird komplett von Bitcoin noch kontrolliert und das ganze Ding zerbröckelt in den Bärenmarkt, bis der nächste Bullrun kommt und wir den nächsten Anstieg haben, wo diese gleichen Wale, die gedroppt haben das Ganze, ihr Fiat oder ihre Stablecoins wieder nehmen und in Bitcoin reinpumpen. Das ist die Realität. Und da können wir uns das so schön reden, wie wir wollen und so angucken, wie dieses kranke, kaputte Fiat-System hin oder her. Es ist bewusst so krank und kaputt gemacht worden, damit das Geld von den Armen zu den Reichen fließt. Und damit die Reichen sich einfach von einer Bankunmengen von Krediten nehmen können, das in Aktien reinstecken können, investieren können mit was sie wollen, weil sie das zu einem mickrigen Zinssatz kriegen können, richtig dick Geld damit verdienen können und locker diesen Kredit wieder abzahlen können. Es ist bewusst so gestaltet worden, von den Reichen und Mächtigen. Und sie werden das Ganze nur aufgeben, wenn sie mit Bitcoin ungefähr das Gleiche machen können, wenn sie die Macht nicht aufgeben können. Und seien wir mal ehrlich, wird sich dann irgendwas ändern, wenn der Großteil des Bitcoins von einer winzig kleinen Entität oder von einer winzig kleinen Gruppe von Menschen gehalten wird, die dann nach Lust und Belieben den Markt dampen können oder steigen lassen können. Klar kann man sagen, wenn die Bitcoins erstmal alle verkauft sind und alle gemeint sind, dann wird das stabiler und all sowas. Und wissen wir noch gar nicht, wie sich das alles verhält. Wir wissen gar nicht, wie sich das ökonomisch auswirkt auf dem Bitcoin. Es gibt viele, viele Experten und ich weiß nicht, er ist ja jetzt kein Weltexperte auch, weißt du? Und sich da hinstellen, den Leuten sowas zu erzählen, so ja, das ist das Einzige. Weißt du doch gar nicht. Es gibt so viele ökonomische Einflüsse, die da auf einmal kommen können, die diesen Coin so beeinflussen können. Was passiert überhaupt, wenn 50% der Elbevölkerung Bitcoin nutzen wird? Wie exorbitant werden dann die Kosten steigen für die Miner? Ich meine, ja klar, Rechenaufgaben, die dann erfüllt werden müssen, können nach unten geschraubt werden. Damit das schneller gemeint wird, falls der Aufwand zu groß wird. Ich weiß schon, habe ich auch gehört, ich weiß, das habe ich auch gelesen viel darüber. Nichtsdestotrotz wissen wir es nicht. Wenn sowas dann letztendlich passiert, ist es ganz anders als das, was wir in unseren Simulationen oder in unseren Rechnungen oder in unseren Algorithmen lesen können. Es kommt meistens alles ganz anders, wenn die Auslastung erstmal da ist. Darum wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Es ist noch nicht erprobt. Und ein Testnet reicht nicht. Ein Testnet bildet niemals real das wieder, was in der Realität passiert. Und da haben wir schon genug Beispiele in der Wirtschaft gehabt. Darum, wir können uns das gut reden. So toll, wie wir wollen. Oh, Fiat-System kaputt. Bitcoin, toll, einzige Lösung. Wir sind noch nicht so weit. Und er sagt, in den nächsten 10 Jahren wird Fiat-Geld, nicht in den nächsten 10 Jahren, Fiat-Geld wird es noch viel, viel länger geben. Und dann braucht man bestimmte Projekte, ja, die diesen bösen inflationären Fiat-Markt zusprechen. Oder mit diesen deflationären oder inflationären Fiat-Markt, meine ich natürlich nicht deflationären, inflationären Fiat-Markt, einen Vorteil geben. Und das ist die Realität. Ich habe keine Lust, die nächsten 50 Jahre meine Bitcoins zu halten und einen mickrigen Gewinn zu machen. Wenn ich jetzt mit verschiedenen Altcoins, ich meine, ey, da gibt es irgendwelche 15-Jährigen, klar machen die das mit irgendwelchen Shitcoins, mit was weiß ich, Meme-Coins oder sowas. Ey, die werden, die werden, wie ich schon im Artikel gesagt habe, die werden morgens Millionäre und abends haben sie schon wieder verprasselt das Geld im Kryptomarkt. Und die Gewinne, die ich einfach jetzt mitnehmen kann und mit diesem kranken Fiat-Währung, die ich dann habe, mir ein bombastisches Leben ermöglichen kann, meiner Familie und all den anderen Freunden und Brüdern, die ich habe, helfen kann und das jetzt machen kann, während ich lebe, während ich noch jung bin und das genießen kann. Wozu soll ich das dann ewig halten, meine Bitcoins? Weißt du? Ja, man kann sagen, ja, die nächste Generation, Mann, wir wissen nicht mal, was morgen kommt. Und man denkt über die nächste Generation und was weiß ich. Und viele, viele vergessen, sobald Regierungen was dagegen haben werden, die verbieten das Ganze. Und dann packen sie so eine dicke Strafe drauf, weil viele sagen, ist dezentral, kann man gar nicht ausschalten. Ja, geht auch nicht. Solange wir das Internet haben, kannst du den Bitcoin letztendlich nicht ausschalten. Kannst du prinzipiell nicht ausschalten. Aber du kannst es verbieten, dass es genutzt wird. Du kannst als Regierung, wenn die Weltregierung sich hinsetzen und sagen, pass mal auf, dieser Bitcoin, der ist uns zu gefährlich. Wir bringen diese typische Leier, diesen Müll, den sie immer reden, es ist kriminell und was weiß ich und sagen, irgendeinen Grund werden sie schon finden, wenn sie das verbieten wollen. Und dann verbieten sie das und sagen, pass mal auf, wie die Amis, kriegst du die Todesstrafe drauf, wenn du damit handelst. Ja, was meinst du, was die ganzen Superreichen dann da machen? Was meint ihr denn? Wollen die lieber sterben und ihre Bitcoins halten oder halten sie diese sechs Monate Frist ein, um ihre Bitcoins und irgendwas anderes swappen zu können, was die Regierung als gut sieht. Eventuell ihre eigenen CBDCs, was sie als einzig Tolles dann sehen. Es kann so gehen. Und viele Leute, die dann so idealistisch denken, nein, Bitcoin ist das Einzige, was die Lösung bringt, alles andere sind Shitcoins, weil dies und das. Ich weiß nicht, das ist nicht realitätsnah und man sieht alles viel zu einseitig. Meine Meinung dazu. Ich habe jetzt weit ausgeholt, aber wie gesagt, er sieht das halt so, er hat sich diese Welt aufgebaut. Für mich sieht das so aus, als ob er sich da so ein eigenes Paralleluniversum aufbaut und das die einzige mögliche Realität für ihn ist. Und das ist halt ein Problem meines Erachtens. Wenn man wirklich nur so denkt und das Ganze das Ganze nicht aus einer anderen Perspektive auch noch betrachtet, sowas, was ich zum Beispiel angesprochen habe, weil er meint ja, Bitcoin wird sich in Zukunft besser verteilen dann, dann ist es besser verteilt auf alle anderen. Wie soll das passieren? Wie? Wie? Wenn Wale das Pumpen und Dumpen und ihre Bitcoins pro Bullrun verzehnt, verhundert oder verzweihundertfachen, Leute, die haben mehr Bitcoins und holen sich immer, immer mehr, weil sie den größten Anteil an Bitcoins haben, weil sie den Markt damit pumpen und dumpen können, kaufen sich immer tiefer ein und vermehren ihre Bitcoinsanzahl immer und immer wieder, weil wir in seiner kranken Fiat-Welt leben und Michael Saylor sich einfach mal mehrere 500 Millionen an Kredite nehmen kann und Bitcoins kaufen kann und alle ihn feiern dafür. Ey, er ist einer der größten Wale mit seiner Firma und es ist mir sowas von egal, dass er sagt, er wird das ewig halten. Er wird das nicht ewig halten. An einem bestimmten Punkt gibt er das aus gegen Fiat, weil wir noch in einer Welt leben, wo er Fiat braucht und was passiert dann und nicht nur er, viele, viele andere Wale. Warum pumpen und dumpen der Markt, wenn das alles so toll ist und nicht so manipulierbar ist? Weil es Wale gibt, die einen Riesenanteil dieser Coins besitzen und die das pumpen und dumpen und nicht nur Bitcoin, ja, auch mein Super, ich bin ja XRP-Maximalist, auch XRP wird gepumpt und gedumpt durch Wale. Ganz einfach. Es gibt keinen Coin, der eine Ausnahme ist, Leute. Alle Coins werden gepumpt und gedumpt. Egal, wie schön wir uns das reden wollen, egal, wie toll wir diese ganzen Projekte sehen und egal, wie viel Potenzial und gute Fundamentals sie haben, es ist die Realität, Leute. Und damit müssen wir uns erstmal anfreunden, dass es Leute gibt, die viel Geld haben, die viele, viele Coins besitzen und den Markt so manipulieren, dass wir psychisch darauf reinfallen, unser Geld da liegen lassen, sie dadurch reicher machen, als sie schon sind, weil sie günstiger einkaufen können, ihre Tokenanzahl immer und immer mehr vermehren und am Ende werden es die sein, die die meisten Bitcoins besitzen. Das ist Realität. Und dann weiß ich nicht mehr, ob das so toll sein wird, ob alles über Bitcoin läuft, wenn sich in dem Sinne nichts daran ändert, dass immer noch 1% der Elbbevölkerung bis zu 80% des Kapitals halten. Was hat sich dann geändert? Was hat sich dann geändert? Weiß ich nicht. Und das sind so Aspekte und ich könnte noch so viel mehr Aspekte dazu bringen und ich weiß nicht. Darum aber nichts gegen Blockchain, Leute. Ich mag ihn. Ich mag ihn ehrlich. Und das, was er sagt, hat auch viel Sinn. Ich habe auch viel gelernt über Bitcoin. Allein schon, als ich ein paar Videos von ihm mir angeguckt habe, habe ich sehr, sehr viel lernen können über Bitcoin. Da muss ich ganz ehrlich sein. Aber das sind halt so Aspekte, da trennen sich halt die Meinungen, mein Gott. Das könnte man eventuell so sehen. Vielleicht kommt es genauso, wie er es gesagt hat. Hey, vielleicht habe ich sowas von Unrecht. Aber wann war das so, dass sich die Reichen und Mächtigen für etwas Idealistisches gegen ihren, etwas für Idealistisches entschieden haben und entgegen dem, dass sie viel Macht haben? Wann gab es das in der Weltgeschichte? Wann? Ich will nur ein einziges Beispiel hören. Wann die Mächtigen gesagt haben, wir geben unsere Macht auf für das Wohl der Allgemeinheit? Wann? Wann? Gab es nicht. Große Regierungen, große Banken, mächtige Personen. Gibt es nicht. Könnt ihr suchen, wie ihr wollt. Gibt es nicht. Das ist das Problem, was ich halt daran sehe. Ich finde es zu idealistisch. Das ist einfach meines Erachtens nach zu schön und wahr zu sein. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe es einfach nicht. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Hey, wie gesagt, ich mag auch komplett Unrecht haben. Ich mag komplett Unrecht haben. Die Zukunft wird es uns zeigen. Wer mag, was ihr hier seht, liked den Channel, Leute. Liked den Stream. Abonniert uns, wenn ihr tägliche News zu Kryptos, Krypto News und Hintergrundwissen zu Altcoins haben möchtet. Ich glaube, dann seid ihr nicht schlecht bei uns beraten.